Jo, zurück bei Red Faction. Wir haben den doch schon aus dem Maul gehauen. Scheiße. Jo, direkt bricht die Brücke hier zusammen. Brücke vor allem, Alter. Treppe, Treppe. Brandschutztour öffnen. Ja, machen wir. Aber, wo muss ich hin? Muss ich hier unten lang? Nein. Hier muss ich hin. System Overload. Rebooting. Neustart. Und währenddessen muss ich mich jetzt verteidigen. Wetten? Oh, you gotta be kidding me. Hat mich das jetzt gewundert? Are you kidding me? No. Noch eine Druckwende. Shit. Das war's. Ich mach das hier mal mit. Kann ja nicht schauern. Auch noch einer. Jetzt müsste hinter dem sowas Explosives sein. Dann wär der schon im Arsch. Schade. Ich dachte, das krieg ich da jetzt runter. Jetzt ist doch die Tür auf. Ach, die geht so ganz langsam. Gemütlich. Kann es sein, dass der immer mehr Blut verschmiert ist, irgendwie. Wo muss ich jetzt hin? Ach, hier kommt wieder so eine Börmchen nach oben. Doch nicht. Ich sag gerade, da lassen wir aus. Tentakel. Druck machen. Erstmal hier. Die Nester zu stören. Am Arsch, Junge. Hier ist weg. Hallo. Der Nester Kischi ist von hier. Ah, da ist so ein Dicker. Oh, der trägt mir jetzt eher nicht so. Scheiße. Voll unnötig, dass du hier reinkommst. Hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Och, Mann. Es tut mir leid, Dickerchen. Aber ich muss dich jetzt so fertig machen. Okay. Und Schockwelle. Scheiße. Schockwelle. Ich setze auf ihn Schockwelle an. Und ich kriege den Schaden. Wahrscheinlich. Das ist gemütlich. Hier erstmal reparieren. Oh, super. Hat es jetzt gebracht. Tschüss. Das ist aber im Eimer. So, dann nehmen wir uns mal hier wieder unser schickes Nano-Gewehr. Speicher. Schön. Wo muss ich jetzt hin? Ich folge jetzt nur noch dem Weg zum zentralen Kontrollraum. Wahrscheinlich. Die IDF ist am starten. Die IDF ist am starten. Und ich muss wahrscheinlich jetzt das Teil davon befreien, damit ich es dann einen Weg in den Terraformer-Kern finde. Verteidige dich. Entscheide dich doch mal für eine Aufgabe. Ah, wie nice. Ich habe hier sogar noch getroffen. Scheiße. Scheiße. Dreck. Dreck. Deckung. Mal gucken mal. Munition. Beziehungsweise Waffenschrank. Statt des Nano-Gewehrs nehmen wir mal mit. Diesen Strahl. Den haben wir eigentlich noch gar nicht richtig benutzt. Gucken wir mal, wie der auf die einzelnen Viecher reagiert. Scheinbar nicht schlecht. Ich bleib hier mal stehen. Und das wird mir zum Fein. Super. Geht da oben. Ja. Nehmen wir den noch. Kriegst du dir das? Nein. Lass es einfach. Da oben ist noch ein Nest. Super. Manchmal ist diese Druckwelle richtig schön herrlich. Zerstörerisch. Super. Geh mir nicht auf und klar. Komm her. Wo kommen die denn jetzt alle her? Wahrscheinlich. Okay. Ihr wolltet es nicht anders. So. Sind sie erledigt. Die wollten es ja nicht anders. Selbst schuld. Und ich werde diese Scheiß dafür wegtun. Ich kann nämlich mal gar nichts. Oh ja genau. Reparier doch mal. Nehmen wir die mit. Naja. So viel Schaden macht die jetzt auch nicht. Aber die schießt schnell. Aber die Schaden ist ja gut. Ab geht er. Schnell mal die Waffe gewechselt. Und zwar auf die hier. Raketenwerfer ist immer nicht schlecht. Darius. Tschüss. Okay. Checkpoint erreichen. Ich muss was kaputt machen. Munition eingesammelt. Gut, ich dachte schon, das macht jetzt keinen Schaden Wie kann ich denn jetzt das da sehen? Kann ich hier raus und dann hier lang oder? Ich werde das hier mal in die Luft jagen Genau wegen den Viechern Ich wusste, dass die von da kommen Abflug Ah, hier reicht schon Action Bam, down ist es Noch mehr Explosives Shit Kann ich das hier? Ah, hier kann ich es sehen Kraftfeld, ihr Arschgeigen Das hat sich jetzt nicht so gebracht, oder? Ah, jetzt Die Energiekerne reparieren Jetzt ist die Frage, wie kommen wir Ah, Moment Wir haben noch dieses Ding zum Schießen Ha, geschafft Geil Da sind die Teile ja wohl, äh, verteidigen Verteidigen Ach man Zum Glück können wir dieses Ding hier verschießen Moment, hier ist doch nicht etwa eine Treppe. Nein, nein! Manchmal ist das Spiel echt dumm, ne? Mit dem Zerstören. Ich meine, ich habe ganz eindeutig, habe ich es doch gerade repariert. Und ich falle trotzdem einfach durch. Jo, wahrscheinlich. Habe ich ja richtig Bock drauf, das jetzt nochmal alles zu machen. Ich mache jetzt auch nur das mit den Dingern hier. So im Schnelldurchlauf. Da war da noch einer. War es das noch nicht? Doch, jetzt. Muss ich die Teile reparieren? Boah, ich dachte gerade, ich falle hier runter. Das hier scheint auch nicht kaputt zu gehen. Ich mache jetzt einfach den hier. Stell die Kerne wieder her. Ich habe sie alle repariert. Systeme online. Initialisieren. Was ist hier los? Oh, come on! Rebooting. Mach's Schutsche. Schieß doch! Mach's nicht! Jetzt! Was muss noch repariert werden? Was ist denn? Oh! Da haben wir jetzt aber nicht jemanden erwischt. Oh, die Ausmaulung. Hä, wo ist er denn? Da. Also da ist wirklich praktisch, dass wir jetzt hier diese Dinger haben. Oh, nö. Ich höre hier gerade was, was mir nicht so gefällt. So, komm. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Aber das sind so Aufgaben, ich hasse die. Ich mag das nicht, so Sachen zu verteidigen. Das ist immer so, da merkt man, wenn man strecken will. Also die Spielzeit vom Spiel. Na? Wahrscheinlich drückt sie nicht auf. Der hört sich ja so an, als würde er gleich mal ganz schön abgehen hier. Ich kann mich auch da oben hinstellen. Mach ich aber nicht. Oh ja, kein Mensch. Spawnt ihr ruhig. Ich schieße euch platt. Geh weg. Ist da eins kaputt? Nein, alles okay. Okay, das hätten wir auch. Kommen da noch welche raus? Oh, oh. Ah, nö. Aber ich glaube, wir können dem Kerl nix anhaben. Das ist natürlich ziemlich schön. Aber es funktioniert noch alles. Und tschüss ihr beide. Also diese Explosivwaffen sind sehr hilfreich. Jetzt kurz vor Schluss. Komm. In Sport. Komm rein damit. Nein. 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 Das ist doch jetzt verhext, oder? Das ist doch jetzt nicht gerade wirklich passiert. Das ist nicht wirklich passiert. Nein. Okay. Wir machen das so. Ich mache jetzt einen Cut und dann melde ich mich einfach gleich zurück, wenn ich das da fertig habe. Bis dahin und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen. 네. Ja. Wir machen das so.